und damit herzlich willkommen zu meine Errungenschaften, eigene Errungenschaften, hallo, 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 Errungenschaften, nein, Entschuldigung, ihr hört es im Hinterkopf, muss ein bisschen mein Zeug runter, man, Let's Play Portal, ein bisschen leise sein, es tut mir leid Leute, ich hatte eine Woche lang, nee, 10 Tage kein Internet, hab wieder das Internet direkt, das heißt, ähm, gestern, ihr seht das Video morgen, also, heute ist der Tag, der gestern war, egal, ähm, und ich hab eine neue Info, ab sofort kommen die Videos, das seht ihr auch bestimmt, wo das, hä, 16 Uhr, ja, komm, so, ähm, ja, mhm, scheiße, fuck, ähm, Moment, 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 ich bin grad verwirrt, ich mein, da komm ich wieder, so, dein, so, Entschuldigung, jetzt könnt ihr auch nicht reden, also, das Problem, was ich habe, ist ja, dass ich, wie gesagt, kein Internet hatte, Hall, 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 ähm, und ihr kennt das Ende ja eigentlich schon, aber ich muss das vielleicht zu Ende machen, ja, komm rein mit dir, tschö, und ich nutze, Moment, Moment, Okay, so, Ähm, boah, also, nochmal, also, nochmal, ich sag, das ist einfach, ja, ja, mhm, mhm, so, tun sich einfach gleich die Musik und lösch die einfach, boah, Ohоah, Ich erstücke auch Ohoah, boah, 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 ey, geht doch drauf, Alte, so, der steht hier, Gott, ja, ja, ja. Ich werde es gleich einfach sagen, Leute. Ich habe da jetzt kein... Geht doch. Arsch, ey. So. Ich kann nicht reden, wenn das Ding da ist. Ich kann nicht reden. Hey. Hi. So, der letzte Cam wurde zerstört. So, schnell. Komm. Oha, oha. Doch. Doch, ich bin Doktor. Ich bin Doktor. Doch. Oha. Oha. Was ist denn hier so von mir los? What los? Hallo? Bug. Okay, ich fühle mich bei dir. Ich versuche mal zwischen den Welten zu stehen. Vielleicht werde ich da nicht hochgezogen. Wie geil. Ich werde nicht hochgezogen. Was ist das denn für ein geiler Bug gerade? Endlich kann ich mir das mal anbegucken. Oh, nice. Okay. Okay. Guck hier mal raus. Ey, wie geil war das denn gerade? Okay. Uh, Vorsicht. Ah, GLaDOS. Ah, ja, kennen wir schon. Eh, eh, böse GLaDOS. Vorsicht. Okay. Hä? Okay. Äh, was zieht uns ja gerade? Okay. Wo geht's denn jetzt hin? Na, ich weiß nicht, was auf jeden Fall gleich schon mal... Ui. Vorsicht. Was ist denn da? Was ist denn da? Was sehe ich denn da? Was sehe ich denn da? Ein Kuchen zu meinem Geburtstag? Sie hatte recht. Es gibt Kuchen für uns. Hm. Äh, ihr könnt wieder ausgehen. Äh, bitte wieder aus. Ausmachen. Ausgehen. Ah. Pssch. Und das war... Let's Play Portal. Ja, dann lassen wir uns im Hintergrund mal gerade. Ein bisschen leiser machen. So, für mich. Äh, ja. Portal. Ihr seht jetzt gerade den Abspann. Ähm. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das hören dürft. Aufgrund dessen, dass die Musik ja gesichert ist. Ähm, ja. Wie soll ich das sagen? Ich versuche es natürlich rauszukriegen. Wenn es nicht klappen sollte, tut mir das natürlich an der Stelle leid. Und dann wird der Part auch jetzt früher sein. Das heißt, ihr werdet die Kreative nicht ganz sehen. Ich möchte mich bedanken für alle Zuschauer. Portal ist ja anscheinend sehr gut angekommen in den letzten Tagen. Und halt dann natürlich jetzt die Zeit, ein bisschen zu erzählen. Ähm. Still alive. Ähm. Muss natürlich leid sein. Ja, gerade eben das TTT aufgenommen. Das kommt übermorgen. Und ja, wie gesagt, es stehen wirklich geile Let's Plays im Raum. Happy Wheels ist auch, äh, eine Planung. Also wenn ihr Happy Wheels Maps macht, liebend gerne. Könnt mir auch gerne, dass wir eine Pen schreiben. Hier habt ihr ein Happy Wheels Map gemacht für dich. Dann versuche ich euch natürlich in Kontakt zu treten. Ähm. Ja, also Happy Wheels wird kommen. Das macht aber meine Freundin. Die darf Happy Wheels spielen. Ja, ähm. Was habe ich denn noch alles? Boah, ich habe so viel zu erzählen eigentlich. Aber ich weiß nicht, ob ich das sagen soll. Ähm. Ja, ich nutze einfach mal die Zeit, um ein bisschen was zu sagen. Auf jeden Fall, wie gesagt, die 10. hat kein Internet. Natürlich ist viel passiert auch so. Ihr werdet auf jeden Fall spät merken. Also ich darf das jetzt, möchte darüber noch nicht reden, aber... Ich habe ein sehr riesiges Projekt am Laufen. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm. Ja, wie gesagt, Portal 2 Together kommt hundertprozentig. TTT wird kein gängiges Let's Play, sondern... Mal kommt's, mal kommt's nicht. Vielleicht... Ja, vielleicht muss ich mal gucken. Vielleicht wirklich. Äh. Also vielleicht wird es doch ein Gängiges Let's Play. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall ein Team von acht Leuten bis jetzt, aber das wird immer mehr steigen. Wir versuchen natürlich immer mehr Leute reinzukriegen. Äh. Da sind auch zwei. Der Schnupfnudel. Und der... Boah, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Oh, sehr spät gerade. Ähm, die machen auch YouTube. Die werde ich euch natürlich verlinkt haben in jedem TTT. Ähm. Ja. Ich habe eigentlich jetzt auch nicht mehr viel zu sagen. Wie gesagt, das war auf jeden Fall schön. Ich habe viele Projekte von Disorned. Alles Mögliche wird jetzt kommen. Nur, ähm, kann ich euch jetzt schon versprechen, wir werden hundertprozentig Sims 4 mitkommen. Äh, was wird da jetzt so kommen? Far Cry 4, alles wird kommen. Und ja. Wartet einfach ab. Wir machen viel. Kuchen. Ähm. Wir werden auf jeden Fall viel, viel machen. Viele Let's Plays. Wir versuchen wirklich alles Mögliche. To guess das alles kommt raus jetzt. Und ab sofort wird auch, wie gesagt, ab 16 Uhr kommen jetzt die Videos. Das seht ihr auch jetzt in der Videobeschreibung ab heute, ab heute, wenn ihr das Video seht. Und dann danke ich euch für das Spiel, für das Mitfiebern. Für die letzten Tage. Ich glaube, drei Paaren oder andere gebraucht für das Ende. War aber auch eine scheiß Aktion wieder. Und, ähm. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, was kommt. Wenn's klappt, Portal 2 Together schon. Ansonsten, TTT. Wartet ab, seid gespannt. Und bis zum nächsten Mal von irgendeinem Let's Play, was jetzt kommt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Sagt es an Freunden, abonnieren, favorisieren. Ist mir egal. Hauptsache, ihr bleibt bei mir. Guckt mit mir Videos. Und ihr seid die Besten. Bis dahin. Ciao und nochmal vielen Dank.